Moin Moin, hier ist ja wieder mal TV Alpino 21 NRW für euch. Ja, was ist denn da auf der Klinik? Ich muss jetzt mal einen Unklappkraft. Ich muss jetzt mal den Klinik ändern. Jeden? Ja, was soll ich nicht sein? Je muss jetzt mal die. Wenn ich die. Ich muss jetzt mal die Klinik ändern. Ich muss jetzt mal die Klinik ändern. Komm, du. Komm, du. Was ist das? Das ist ein guter Teil. Ja, ja. ... gut, dass ich da mal! Ne, nein, ich mach noch was. So! Ah, das hat jetzt! Ja, das war's. Ja, klar. Ja, dann wurde das mal irgendetwas. Ja, da war die Ecke. Ja, das war's. Oh, das ist gut. Das ist gut. Gut, gut. ein mal ja weist ja ist bei da bei bei Nein. Oh, er ist mal da. Das hier bleibt immer so bleibt oder? Nein, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Irgendwo muss das doch seine Bank liegen, muss das doch hier seine richtige Form. Nein, das bleibt doch. Das bleibt doch. Oh, das reicht doch. Das reicht. Das heißt, das muss man. Die sind so viele, dass er Founden. Das ist toll. Jetzt fangen wir mit den Schrenאל. Bisschen. So liebe ich. Bis zum nächsten Mal. Das ist toll. Was für die gleiche im Ohren. Dann noch ein bisschen, da müssen wir die dann noch verstellen. Los, machen wir das Prost. Das war der Schild. Ich habe das Flachsticht auch nicht so fest. So, weiter. So, jetzt machen wir das. So, ja. Jetzt müssen wir die Höhle ablassen. Naja, hier kann ich besser. Oh, da gehen wir noch. Ja. Ganz gleich. Gut. Das ist besser. Ja, ganz gleich. Ja. Ja, ok. Ja, okay, gut. Ja, okay. Das war's. Das war's. Das ist der Ecomodus, das ist genau wie bei einem Brück, der drei Stufen einmal wohl weniger auf den Stufen war. Hallo. Schwergerunterschützung weniger unterstützt. Schwergerunterschützung. Und hoch. Dreierfüger. Soll ich die im Band sind noch eingeschränkt? Sind die? Sonst stelle ich die hier rein. Dafür müssen wir das aber eigentlich auch auf den Ständer machen. Wenn das alles identisch ist, das ist auch kein Problem. Natürlich müssen die Pedale auch noch. Die Pedale haben wir auch noch nachgezogen. Das ist ganz wichtig, die Produkte uns ausleihen. Ja, die sind lagerig, die müssen eingeschränkt werden. Die sind ganz lagerig. Die müssen dann hochpocken, das geht nicht. Ja. 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 Sammelschütze. Ja. 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 Das war's. das ist ja noch so schwarze shimano oh, nein, shimano ja, ja, jetzt kommt er die soll doch nur ich weiß, aber wir haben die soll doch nur halbwegs da stehen ja, ja, jetzt erstmal für die Testfahrt ist das egal die soll doch nur da stehen und frei sein ja, ist doch frei jetzt ja, das wird geschlagen ja, die weiterlesen nicht auf Dollar aber im Grunde haben wir ja alles hin gekriegt naja, dann probieren wir mal ja, dann probieren wir mal dann mach